Hier in der Ölmühle in Eberstedt waren die letzten Wochen sehr ruhig. Die Stühle auf der Terrasse sind leer und wir sind nicht daran gewöhnt. Wir wurden gezwungen, unser schnelles Tempo des Lebens zu verlangsamen, eine Pause zu machen und Platz für die Engel. Der Engel der Ruhe, den haben wir alle gebraucht. Dieser Schutzengel gibt uns aber die Hoffnung und wir schauen weiter sehr positiv und optimistisch. Wir werden die Zeiten, die kommen und die Werte der Dinge besser schätzen können durch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und wir freuen uns darauf. Wir wünschen allen, dass der Engel Sie beschützt, was immer Sie machen und schaut, dass Sie immer lachen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017